ZWISCHEN! So, im Nachhinein war das auf jeden Fall ein guter Rat. So, falls ich nochmal in so eine Situation komme, werde ich den beherzigen. Das letzte Mal hing ich hier fest, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Wir sind immer noch am Anfang des Heiligen Heinz und wollen uns hier durchkämpfen. Das Problem ist dieses Bäumchen hier, bei dem ich nicht durchkomme. Jetzt habe ich das getan, was ich gerne tue, nämlich cheaten und nachgucken, wie es geht. Ich bin nämlich leider nicht so kreativ, weil ich mich mit solchen Games nicht so sehr auskenne. Noch nicht so die Erfahrung habe und deswegen irgendwie, wenn es nicht total einfach geht, gar nicht weiß wie. Also hier steht ja dieses schöne Schild, man soll die kleinen Bäume nicht verbrennen. Was ein Hinweis darauf war, dass man eben genau das tun soll. So, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden, weil es bei mir jetzt schon wieder zwei Wochen her ist, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, jawohl, ja. Die Zukunft ändern. Und dann, der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Tja, passiert. So, jetzt muss ich nur gucken. Haha. In welchem Modus ich jetzt hier weiterspielen muss? Weil ich schätze mal in dem. Dann schauen wir mal. Ich habe den Baum getötet. So. Achso, ich muss wieder aufs Schwert wechseln. So. Dann schauen wir mal. Autsch. Okay, hier kann ich wieder wechseln. Hier ist ein kleiner Baum. Oh Gott, den muss ich wahrscheinlich auch irgendwie verfeuern. Da ist eine Truhe. Wie komme ich zu der Truhe? Wie komme ich überhaupt irgendwo hin? Hehehe. Gott, ist das schwierig hier. Okay, ich gucke erst mal. Ob ich so vielleicht irgendwie weiterkomme? Nein, hier natürlich nicht. Hier geht es so ein bisschen lang. Diesen Stein kann man eventuell wegbomben. Schauen wir mal, ob das geht. Ich weiß nicht so richtig, woran man das erkennt. Ja. Okay, läuft. Läuft, läuft, läuft. Aber hier komme ich hier wieder nicht drüber. Und das heißt, jetzt muss ich... Ich gucke erst mal. Der geht wahrscheinlich nicht wegzubomben. Autsch. Nein, geht nicht. Und hier muss ich wahrscheinlich... Das ist eigentlich totaler Blödsinn, den wegzubomben. Aber man kann ja alles mal versuchen. Hehehe. So, okay, dann muss ich wahrscheinlich erst mal wieder... Wechseln. Ach nein, dann komme ich hier nicht mehr. Okay. Also den muss ich wahrscheinlich auch abfackeln. Denn die Frage ist, wo ich hier Feuer habe, um ihn abzufackeln. Ja. Es ist echt ganz schön tricky. Wenn man so kreativ ist wie ich. Aber. Hm. Also nochmal durchschießen bringt wahrscheinlich nicht viel. Ich kann es mal von allen Richtungen versuchen. Ich meine, man weiß ja nicht. Vielleicht sieht man irgendwas nicht. Nee, okay. Baum abgeknallt. Bringt nicht viel. Und das wahrscheinlich auch nicht. Okay. Aber ich könnte jetzt... Nee, den hier abschießen bringt auch nicht viel. Also. Zum einen sind hier hinten Steine. Aber hier war ich ja schon. Die ich nicht wegkriege mit der Bombe. Wenn mich nicht alles täuscht. Nope. Ups. Sorry. Oh nein. Jetzt sind die Mops wieder da. Na gut. Gibt ein bisschen Herz. Zack. Zack. So. Ich habe aber beschlossen, wenn es zu langwierig wird, dass ich, damit ich nicht ständig irgendwelche Sachen zusammenschneiden muss oder euch die ganze Zeit mit irgendwelchen Blödsinn zulabern muss, dass ich, wenn ich auf Dauer nicht weiterkomme, dann doch mal nachschaue, wie ich das am Besten bewerkstelligen kann. Okay. Ähm. Ich probiere jetzt einfach nochmal, ob man nicht doch schießen kann. Nein, Bob wegschießen geht nicht. Da geht auch nichts wegzuschießen. Wäre auch zu einfach. Oh. Ah. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach da. Ja. Läuft. Sehr schön. Ich habe mal was selber rausgefunden. Yippie. Unfassbar. Immer cheaten ist ja auch doof. Ich cheate auch eigentlich gar nicht so gerne. Ach so. Jetzt muss ich den noch wegballern. Die sieht man kaum in dem Modus hier. Ich cheate auch eigentlich gar nicht so gerne. Aber das bringt ja nichts, wenn ich hier ewig durch die Gegend laufe. So. Hallo. Nein. Ah. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich... Na. Geht doch so. Aber eigentlich wollte ich mein Schwert. Puh. Geschafft. So. Muss ich den wegbomben? Muss ich den wegbomben? Das will ich nicht. Okay. Ich habe gerade... So. So. Hier tue ich jetzt... Tada. Ein Stern. Yippie. Ähm. Ich habe blöderweise hier immer noch keinen Überblick, weil ich habe hier keine Minimap mehr. Wo genau das lang geht? Ich vermute hier unten rum, irgendwie. Oder kam ich von da unten? Ja, aber hier ist ja nix. Okay, gehen wir doch mal ganz logisch an die Sache ran. Da ist nix. Der geht nicht kaputt. Da ist noch eine Droh, zu der man irgendwie kommt. Wahrscheinlich so nicht. Hier ist wieder so ein kleiner Baum, den man wahrscheinlich weglänzen kann. Aber hier komme ich ja nicht drüber, in diesem Modus. Das wäre auch wieder zu einfach. Ne, das habe ich auch schon versucht. Okay. Gehen wir doch einfach mal im Kreis um diese Droh rum. Nop. Nop, 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 nop. Nop, 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 nop. Mann, wieso ist das hier eigentlich immer alles so schwierig? Ja. Wahrscheinlich, weil das Spiel sonst viel zu schnell zu Ende wäre. Okay. Also nochmal. Ups. Klupp. Ich muss bei diesen Bomben aufpassen. Ich neige dazu, mich da reinzustellen. Upsa. Und mich dann selber... Ach so, genau. Ja. Naja, egal. So. Das ist jetzt genau so ein Punkt. Also, wenn ich jetzt nicht gleich weiß, wie es weitergeht, werde ich direkt nochmal nachgucken. Aber ein einziges Mal tue ich jetzt nochmal alles systematisch ablaufen. Also dieses Minending habe ich gemacht. So. Dann bin ich jetzt hier und habe diesen Baum hier weggekriegt. mit... Das heißt, ich muss irgendwie hier lang. So. Hier nicht. So, es geht ja eigentlich nur hier nach unten. Und nach rechts. Und... Ah! Und hier... Oh Gott. Oh, okay. Gut. Manchmal bin ich auch einfach nur blind statt... Und kreativ. So. Okay. Das ist bestimmt wieder so ein Teil, wo man Feuer hinschießen kann. Das sieht schon danach aus. So. Erstmal hier das Fisch töten. Kann man die wegbomben? Ich bin so ganz raus, woran ich erkenne, ob man die wegbomben kann. Ich meine... Ich habe mal einen Tipp gekriegt, dass man an den Steinen Risse sieht. Ich sehe aber überall Risse. Der hat doch auch Risse. Und der geht nicht weg. Also, so ganz steige ich da nicht durch. Schauen wir mal, was mit dem ist. Der hat vielleicht ein paar mehr Risse. Was? Okay. Hat vom Zunuckelt. Tada! Ach, das wird ein schwieriges Feuerrätsel. Ich sehe das schon hier. Okay. Lass mal noch kurz gucken, was hier oben ist. Ich glaube nämlich... Da war auch noch irgendwas. Oh! Viele Mops. 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 Ah! Alter! Alter! Das ist doof. Ich sollte, glaube ich, nicht in so riesen Abständen spielen. Sonst habe ich immer die ganze Spielmechanik nicht mehr richtig drauf. Noch ein Stern. Jippie! Okay. So. Dann ging es jetzt hier runter. Ah, wahrscheinlich muss ich jetzt das da machen. Einfach nur so eine Vermutung. Vielleicht so. Okay, aber jetzt komme ich hier auf jeden Fall lang. Das ist schon mal gut. Ups. Immer schön das Schwert nehmen. Krassbüschel! Okay, hier ist wieder so ein Ding, was ich abschießen kann. Ich mache das einfach mal. Nein, ich kann es doch nicht abschießen. Doch, komm. Das muss doch gehen. Das muss doch gehen! Nein, das geht nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, das ist echt eine ziemliche Herausforderung hier, dieser heilige Hain. Nein, das hat nichts gebracht. Warte mal, kann ich mich dagegen hauen? Ihr könnt folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Ah, okay. Das heißt, ich muss... Da drüben... Ich muss diesen Stein hier wegkriegen. Bitte geh kaputt, bitte geh kaputt. Ach Gott. Sehr schön. So, hier komme ich gerade nicht rüber, aber ich muss theoretisch jetzt einfach nur von da drüben... Irgendwie... Jetzt muss das funktionieren, das Feuer zu zerschließen. Klingt gut. Klingt, als wäre was passiert. Geräusche sind immer gut. Dann, dann, so. Die Frage ist nur... Wahrscheinlich muss ich beide Feuer entzünden. Das heißt, ich muss... Irgendwie noch... Das untere Feuer... Fledi! Ja, Fledi! Fledi! Nicht mich töten! Nicht mich töten! Ich will dich doch töten. Ja, komm! Hier, komm! So. Okay. Ähm... Ich muss wahrscheinlich irgendwie da drauf. Das heißt jetzt so... Schade! Von hier vielleicht. Dann hier so... Ah! 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 So Deckbomben kann ich den wahrscheinlich nicht. Klingt gut, ne? So. Ich werde einfach mal das andere Feuer hier auch noch anmachen. Man weiß ja nie, ob es gut ist. So. Scheint irgendwas Gutes gewesen zu sein. So. Dann... Muss ich wieder zurück. Okay. Ich muss immer noch dieses Feuer ankriegen. Okay. Habe ich da nicht eben schon gegen geschossen? Okay. Moment. Noch mal zurück. Ah, nee. Ich glaube, ich habe... Jetzt. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Dann, 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 dann. Dann... Schauen wir mal... Ey, das ist echt so... Ja! Okay, und jetzt muss ich wieder... 3D werden. Irgendwie. Ich muss es hinkriegen, hier 3D zu werden. Das heißt... Ich muss irgendwie... Okay. Irgendwie... Von hier unten. So. Ach, sieht das schön aus. So. Hoffentlich komme ich jetzt hier immer noch durch. Nein, jetzt bin ich zu fett. Bin ich jetzt wirklich zu fett? Nein, es geht hier rum. Pfiuh. Sieht so anders aus im 3D. Hier hoch. Immerhin laufe ich konsequent immer erst mal kurz falsch. So. Und... Tada! Geschafft! Habe ich noch mein Schwert? Nein. So, hier ist mein Schwert. Das ist jetzt wieder fies. Waaah! Oh Gott. Warte mal, das waren diese Dinger, die man irgendwie schieben muss. Und das jetzt so. Ist da Wasser? Ich kann das nicht über... Okay, das war einfach. Manche Dinge sind auch einfach... Ähm... Lustig! Hat irgendjemand gehört, dass ich gerade OK Google gesagt hätte? Mein Handy hat das nämlich gedacht. Aber nein. Ähm... So. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier muss ich hin. Oh oh. Das sieht schon wieder ganz schön gefährlich aus. Oh nee, nicht schon wieder die. Ah! Oh pfu! Och nee! Oh, das geht doch wieder voll daneben. Ich seh das jetzt schon. Oh Gott. Ich bin doch raus. Ich kann doch jetzt nicht so... Oah! Oh, kann ich... Ach so, das waren die, wo ich... Ah! Shit! In Bewegung bleiben muss. Oh Gott. Oh pfu! Ich werde gleich tot sein. Sowas von tot! Sowas von tot! Ja. Und tot. Das ist fies. Okay. Nochmal. Nochmal. Okay, langsam, langsam, langsam. Vielleicht. Stirb doch einfach mal so. Okay. Jetzt muss ich nochmal... Alter. Man hätte ja auch einfach mal... Zumindest das speichern können. Aber nein. Na gut. Ja, ja. Ich weiß. Jetzt kommen wieder Millionen Mobs. Und... Ja. Okay. Bewegen, bewegen, bewegen. Boah! Boah. Das ist doch quasi unmöglich. Oh Gott. Okay, das ist ja was. Ich mache jetzt erstmal diese... Oh shit. Ich habe ehrlich gesagt... Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Oh man. Naja. Irgendwie, irgendwo, irgendwann... ... werde ich es hinkriegen. Und notfalls... ... kann man ja schneiden. Warum starte ich eigentlich nur mit zwei Herzen? Ich mag mal einen drei Herzen starten. Bewegen. Einmal drauf und... Ah, ich sehe Schatten, wo die kommen. Oh Gott. Herz! Okay, immer schön, einfach nur immer schön im Kreis laufen. Vielleicht hilft das. Oh Gott. Ich will nicht noch... Ruhe! Nein, 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 nein. Bitte lass mich doch bitte nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Bitte lass mich doch am Leben. Bitte lass mich leben. Bitte lass mich leben. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, das wird ewig dauern, ehe ich das hingekriegt habe. Okay, und wieder das Schwert. Oh shit. Wenn ich mich da schon so gut anstelle, wie wird das erst, wenn der Boss da ist. Na komm. Ich glaube, mein nächstes Let's Play wird ein Point-and-Click-Adventure. Oh! Da sterbe ich wenigstens nicht ständig. Okay. Okay, schön. Am besten direkt loslaufen. Direkt loslaufen. Oh, schön. Oh, fuhr. Ey, ja genau. Ey, das ist doch, das ist wirklich... Kann mir irgendjemand sagen, wie ich das schaffen soll? Ich meine, wenn ich noch so in die Ecke getrinkt werde, wie soll das... Ja, ich glaube, ich sollte es vielleicht mal mit Bomben probieren. Das mache ich, ich probiere es nur mit Bomben. Oh Gott. Ihr könntet mir mal Herzen geben, ihr blöd Viecher. Was? Na komm. Schieb, schieb, schieb. Komm schon. Mann, Mann, Mann. Das ist echt tricky hier. Ja, schieb. Fein. Okay. Das sind Bomben. Ich klatsche euch jetzt hier überall Bomben hin, nur dass ihr es wisst. Das bringt wahrscheinlich auch nicht so viel. Weil ich nämlich leider mit Bomben nicht hauen kann. Bringt das überhaupt was? Oh, hat scheinbar was gebracht. Ups. Hier ist ein Herz. Ich glaube, das hat tatsächlich was gebracht. Oh. Es hat was gebracht hier, B.A. Okay, also immer nur in Bewegung bleiben und... Dann könnte das klappen. Ist das echt nur noch der eine da? Vielleicht muss ich auf den noch schießen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Uh. Und ich bin ganz allein drauf gekommen. Yippie. Erste Amulett Hälfte. Oh cool, ich hab die... Das war's schon. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Geil. Ich muss nicht gegen den Doppelbass kämpfen. Oh Gott. Ach, ist das ein schönes Gefühl. Und ich hab's allein geschafft. Ohne zu cheaten. Ich bin so happy. So. Und noch eine Truhe. Ein neuer Stern. Was krieg ich eigentlich, wenn ich alle Sterne hab? So, gibt's hier noch irgendwas an irgendeiner Wand? Nöp. Gibt es nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So. Weiß ich ja inzwischen auch, dass durch das Rausgehen gespeichert wird. Das heißt, ich muss nicht panisch sein, weil hier kein Speicherpunkt ist. Ach, ist das lebensschön. Okay. So, wie komm ich hier jetzt? Wieder zurück. Da, da. Einfach laufen. 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 Ach so, hier ist wieder... Ah, muss ich mich wieder... Muss ich mich wieder zweidehlen. Ähm. So. Wo war... Wo war's? Da war's. Da war es. Okay, aber wenn ich mich jetzt hier zweidehle, komme ich ja wieder nicht darüber. Boah, hier riecht's grad voll nach Essen. Das ist gemein. Ich hab Hunger. Voll fies. Nee, das war nicht... Wer hat denn das? Ich bin vorhin von da unten gekommen. Genau. So. Ähm. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt den ganzen Drecksweg hier nochmal laufen. Aber egal. Egal, das Schlimmste ist geschafft. Mir kann jetzt keiner mehr was. So. Hier komme ich nicht mehr rüber, genau. Aber muss ich ja auch nicht. Boah, das riecht echt gut, das Essen. Das ist so gemein. Hier, wenn nicht jemand was zu essen vorbeibring. Das sieht so putzig aus, wenn er mit seinem Schwert so... Bäm. Ich sag nichts, woran mich das erinnert. Ähm. So. Fledermaus. Fledermaus. Ah. Egal. So. Jetzt müsste ich langsam... Oh, da ist noch eine... Wie komme ich denn an diese Truhe eigentlich? Das interessiert mich jetzt theoretisch, wie ich an diese Truhe komme. Ähm. Ähm. Und hier, praktisch muss ich ja noch irgendwas tun, weil der Weg hier falsch war. Ähm. Ja. Nein, da hinten zu... Määau. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Aber das kann doch... Nicht. Hallo. Komm. Das könnte aber gehen. Blödviech. Jetzt hab ich echt schön. Ich vergesse, wie es zurückgeht. Es ist unglaublich. Aber... Ups. Einfach nur mit Spaß macht. Ich schieße einfach mal überall gegen. Ne. Es ist, ähm... Tatsächlich... Blödsinn, was ich hier tue. Da kommt... Schießt er auch wieder nicht hin. Ich hab's hergeschafft. Das heißt, ich werde es auch zurückschaffen. Allerdings ist das ja das, was ich gerade vorhin erst gemacht hab. Also das war auf jeden Fall nicht richtig. Das war auf jeden Fall nicht richtig. Ne, ne. Ich bin vorher klein hier gewesen. Also muss ich auch jetzt klein hier sein. Das ist schon... Ja, seit mein lieber Freund gesagt hat, dass manche Let's Plays von mir langatmig sind, mache ich mir mal voll die Gedanken. Aber ich hoffe einfach mal, dass es für euch nicht so schlimm ist. Und wenn doch, müsst ihr halt ruhig. Ihr könnt ja spulen. Da hat ein Stein funktioniert. Und das bedeutet, ich kann... Ich kann... Oder auch nicht. Also das ist wie das Dungeon, wo ich vorhin rauskam. Und hier muss ich... Hier muss ich... Hätt' ich ja sein können. Hier komm' ich nur klein drüber. Aha! Okay. So war das. Und jetzt... Hier lang. Ach genau, das war dieses... Ich wusel mich durch irgendwelche Bäume ich jetzt durch. Genau. Läuft, läuft, läuft. Der Klink, der läuft. Durch die Gegend, so. Ja, also wie ich zu dieser Trumor komme... Wenn ich eventuell, wenn ich durch das Game durch bin, ergründen... Vielleicht versuche ich da noch einen Ton zu kriegen. Das kann sich dann angucken, wer will. Schwerter, Schwerter, ist besser. Ey! Miau. Ich hätte gerne ein bisschen Herzen. Das ist doch mal doof, wenn man auf der Suche nach Herzen gleich wieder platt geht. Okay. Dann geht's hier weiter. Und jetzt sind wir wieder... Hier, genau. Ach... Ach so, genau. Seufz. Den könnte ich doch aber eigentlich auch einfach... Eigentlich... War hier nicht eben ein? Da unten. Von oben nach unten... Platz schießen. Mal ganz kurz, ob ich das gleich noch hinkriege. Ach so. Ja. Das war das. Oh, jetzt. Nehmt mir nicht immer die Herzen weg, die ihr mir dann wieder gebt. Okay, egal. So, das muss ich... ... wieder kaputt machen. Und jetzt schaue ich einfach, dass ich hier wieder rauskomme. Genau. Hier war das. Yippie, yay, yay. So. Wow. Läuft. Da das jetzt wenige sind. Und ich es ja so lange nicht mehr gemacht habe. Zack. Ja, okay. So kann es von mir aus bleiben. Tada. So. Ich weiß, dass es automatisch speichert, aber sicher ist sicher. So, dann gehen wir mal zur Kehres und sagen, dass wir beide Amulett-Hälften haben. Juhu, liebe Kehres. Hallo. Ach, das ist gar nicht Kehres. Stimmt. Das hatten wir schon. Hä, wo ist Kehres denn hin? Ja, wo ist sie denn hin? Ah. Gute Arbeit. Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Das klingt wieder sehr nach viel Arbeit. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Floß. Östlich von Aogai. Also nach rechts und dann hinter irgendeinem Floß. Viel Glück. Ja, ich würde sagen, ehe ich mich jetzt wieder weiter verlaufe, erfreue ich mich jetzt mal an meinem Erfolg und verabschiede mich für heute. Es ist schön, dass ihr dabei wart. Und nochmal zum Speicherpunkt zurücklaufen. Es ist schön, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis, so, hier, Speicherpunkt, so. Genau, also bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, es饋 ist wirklich zum nächsten Mal. Nein, ich perzie. esta kah. РЕ